Wir sind alle schon seit Tagen entgegen. Es ist ein echtes Highlight. Wird es klappen? Gleich erfahren wir es. Wir sind live dabei. Willkommen liebe Fußballfans. Schön, dass Sie dabei sind. Wir begrüßen Sie heute aus dem St. Mary's Stadium. In dem ausgezeichnetes Fußballwetter herrscht. Mein Name ist Wolf Fuss und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Southampton gegen Brighton & Hove Albion. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Das kann man gar nicht anders sagen. Absolut. Vielleicht kann man sich auf Dauer im Mittelfeld festsetzen. Jetzt hat man auch neue Eigentümer. Also es wird eine spannende Zukunft. Kurzer Blick auf die Aufstellung von Southampton. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen. Wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Brighton & Hove Albion hat sich für diese Aufstellung entschieden. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar. Volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Anpfiff und los geht's. Da haben sie die Chance. Gehalten. Stark gemacht. Ward Pross mit der Ecke. Die bekommen den Ball nicht raus. Stark verteidigt. Groß. Danny Welbeck. Da ist er da. Guter Zweigampf. Er hat den Ball. Hat jetzt Anspielstation. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Macht er genau im richtigen Moment. Schöner Steilpass. Guter Zweikampf. Lallana. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Alexis. Gefährliche Szene. Volley genommen. Der Keeper hat den Ball. Der war nicht platziert genug. Ward Pross. El-Yonussi. Oh, das könnte was werden. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Gehalten. Macht er gut. Alexis. Solimatsch. Sie können über den Flügel kommen. Der Befreiungsschlag. Sie müssen aufpassen. Adams. So langsam wird es gefährlich. Ein einfacher Ball hier für den Torwart. Leandro Trossard. Danny Welbeck. Er passt gut auf und hat den Ball. Ward Browse. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Pascal Groß. Vielleicht die Führung jetzt. Chance Lallana. Kein Tor. Nicht das erste Tor in diesem Endspiel. Das ist unfassbar. Es müssen die Nerven gewesen sein. Der Druck. Es bleibt beim 0 zu 0. Nicht ungefährlich. Kein guter Abschlag. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er verliert dann zunächst den Ball, aber dann immerhin das Tor noch verhindert. Also am Ende eine gute Parade. Ja, aber die Gefahr hat er natürlich selbst herausgesprochen. Das war schon ein dicker Bock. So, was machen Sie draus? Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Alexis. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Das macht er gut. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann dieses Tor. Den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Rückstand für Southampton. Der Ball rollt wieder. Dann geht er vorbei. Lässt sich nicht mehr in den Hälter. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Da kommt die Ecke. Ja, den muss er besser erklären. Könnte der Ausgleich sein. Ausgleich. Drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Sie bringen den Ball nicht richtig raus. Die Szene geht weiter. Und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter angehen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Danny Welbeck. Adam Lallana. Da muss er hin und holt sich den Ball. El-Junussi. Danny Welbeck. Steifers Lallana. Klasse gemacht. Stark geblockt. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Da hören wir den Tausendpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Okay. So, weiter geht's. Wir gehen rein in den Durchgang 2. Ward Prowse. Schön dazwischen gegangen. Adam Lallana. Danny Welbeck. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Sautenten über den Flügel. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Jetzt wechseln sie hier aus. Er ist frei. Da kann was draus werden. Schön geklärt. Da sehen wir es. Da sehen wir es. Immer wieder tolle Torchancen auf beiden Seiten. Ein offenes, ein spektakuläres Spiel. Wer das gewinnt, kann ich nicht sagen. Leandro Trossard, Ballverlust. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Und Klasse durchgesetzt. Ja, sie versuchen es weiter. Notbremse. Das könnte rot geben. Ne, rote Karte, sonst wäre sie durch gewesen. Das war sie, die klassische Notbremse. Und logische Konsequenz ist natürlich dieser Platzverweis. Da ist aus meiner Sicht keine andere Entscheidung möglich. Jetzt kommt der Wechsel. Oh, das ist die Parade. Den haben viele schon drin gesehen. Aber er sagt, no, nicht mit mir. Watt Pross mit der Ecke. Sie spielen erstmal raus. Armstrong. Damit lässt er sich nicht überwinden. Sie wechselt jetzt. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Der Ball kommt rein. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Super, wie er sich durchsetzt. Er war entschlossen da, an den Ball zu kommen. Und er hat ihn. Viel Platz für den Konter jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene erstmal beendet. Sie kommen jetzt über außen. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Adams. Sie unterstützen gut. Er spielt steil. Er spielt steil. Sichere Parade. ecke kommt rein keine gefahr bei dieser aktion noch sind hier 20 minuten zu absolvieren jetzt der vorstoß lässt sich nicht mehr in den helder kurze ecke und da ärgert sich der spieler das wäre ein weiterer treffer gewesen so jetzt die kurze variante was gibt er jetzt hier versucht per volley abgewehrt vom torwart da wäre der platz für einen konter immer noch diese szene konter chance sah vielversprechend aus aber da fehlte so die letzte entschlossenheit ballverlust da kommt er für freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine karte das macht er gut ob sie hier noch auf den letzten drücker den siegtreffer erzielen sie sind da ball wird geblockt der blick auf die uhr neun minuten bis zum ende gut verteidigt kaum wurde es gefährlich holte sich den ball klasse vielzeit bleibt nicht mehr in dieser partie und die fans wollen endlich den siegtreffer sehen und entsprechend groß ist der lärm hier nochmal ich bin gespannt was hier noch passiert in den letzten minuten aber ja sehr dribbelt stark macht das richtig gut der ballverlust sie verlieren den ball es wird einiges nachgespielt hier fünf minuten sind angezeigt und jetzt könnten sie die partie noch zu ihren gunsten entscheiden gute aktion vom keeper er verhindert hier einen späten rückstand war das wichtig vielleicht hat er ihn genau damit das unentschieden gesichert abseits busche und das sind so szenen die absolut vermeidbar sind naja unordnung in der mannschaft sie laufen aus dem abseits zurück und dann dieser pass dieser schwache pass also das geht besser sie haben den ball leandro trossar und das war's kein sieger am ende der 90 minuten die 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 Vielen Dank.